In diesem Video stelle ich euch das Date-Objekt in JavaScript vor und zeige euch, wie das generell funktioniert mit Zeit im Computer und was es mit dem 2038-Problem auf sich hat. Wenn ihr Zeiten und Daten in einer Programmiersprache darstellen wollt, dann gibt es so gut wie immer dafür irgendein Objekt oder irgendein Konstrukt, um das zu tun. In JavaScript ist das genauso, dort gibt es das Date-Objekt, zu deutsch das Datumsobjekt. Öffnet wieder eure Konsole, um ein Datumsobjekt zu schaffen, schreibt ihr new, dieses New-Keyword, das wir im letzten Video hatten, und dann mit einem großen D, date. Dann könnt ihr runde Klammern auf- und zuschreiben oder auch nicht, wenn ihr das ausführt, bekommt ihr das zurück. Das ist gerade das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit von dem Moment, wo ich hier dieses Video aufnehme. Da steht also Thursday, also abgekürzt th, March, der 6.2014, 11 Uhr 24 und 2 Sekunden, Greenwich Meantime plus 1. Dasselbe bekomme ich auch, wenn ich die Klammern setze. Das heißt, wenn ich so ein neues Date-Objekt schaffe, dann beinhaltet das die Zeit, zu der es geschaffen wurde. Ich kann so ein Date-Objekt auch in einer Variablen speichern. Ich mache mal die Variable d und setze die auf newDate. Und jetzt kann ich die Variable d auslesen. Und hier steht jetzt 11 Uhr 26 und 51 Sekunden. Und wenn ich jetzt die Variable d nochmal auslese, ist es immer noch 11 Uhr 26 und 51 Sekunden, weil wir jetzt kein neues Date-Objekt geschaffen haben, sondern wir haben eins geschaffen und das gespeichert und das lesen wir jetzt quasi, haben wir jetzt nur mehrmals ausgelesen, zweimal. Dieses Date-Objekt kann aber auch andere Zeiten beinhalten, nicht nur die Zeit, zu der es erstellt wurde. Dafür müssen wir dem Date-Objekt Argumente übergeben. Ich kann hier zum Beispiel zwischen die runden Klammern 2014 5 1 schreiben und das ist dann Sonntag, der 1. Juni 2014 um Mitternacht. Das erste übergebene Argument ist das Jahr. Das ist ganz normal 2014 oder halt welches Jahr auch immer ihr schreiben wollt. Das dritte Argument ist der Tag. Auch der ist ganz normal, wie ihr das halt schreiben würdet, der erste oder zweite oder was auch immer. Aber bei den Monaten ist das anders, da beginnen wir nämlich bei Null zu zählen. Das heißt, der nullte Monat ist der Januar und deswegen kam grad Juni raus, obwohl wir fünf geschrieben haben, weil der fünfte Monat hier quasi Juni ist. Man kann auch noch mehr Argumente übergeben, nicht nur Jahr, Monat und Tag, man kann auch Stunde, Minute und Sekunde übergeben und sogar die Millisekunden, also so genau kann man das festlegen. Das sind viele Argumente, aber ihr könnt euch merken, an welcher Stelle welches Argument kommt, einfach weil das von groß zu klein geht, also von Jahr über Monat, über Tag, über Stunde, Minute, Sekunde, also immer kleiner bis hin zu Millisekunden. Ich möchte, dass ihr das jetzt mal selbst ausprobiert und ein Datumsobjekt schafft, das den Zeitpunkt vom 2. April um Punkt 12 Uhr darstellt. Pausiert dieses Video, um das mal auszuprobieren und setzt es fort, wenn ihr soweit seid. Wir schreiben natürlich New Date und dann übergeben wir als erstes Argument 2014, weil wir den 2. April 2014 darstellen wollen. April ist der vierte Monat, aber weil wir bei 0 beginnen zu zählen, schreiben wir 3 und wir wollen den 2. April darstellen, also schreiben wir 2. Wir wollen den Zeitpunkt um Punkt 12 Uhr haben, also schreiben wir 12 und könnten jetzt noch als Minute und Sekunde 0 und 0 übergeben, aber diese Werte sind automatisch 0, wenn man sie nicht übergibt, außer der Tag, der ist automatisch 1, wenn man ihn nicht übergibt, weil die Tage bei 1 beginnen. Schreiben wir das mal in die Konsole 2014, 3, 2, 12 und jetzt können wir auch da sehen Wednesday, also Mittwoch, 2. April 2014, 12 Uhr. Diese Datumsobjekte haben auch verschiedene Methoden. Wenn ich hier d Punkt schreibe, bekomme ich wieder die Liste, wo ich eine Übersicht über die Properties des Objektes bekomme und da kann ich sehen, dass ich hier verschiedene Arten habe, das Datum auszulesen oder auch set heißt setzen, also das Datum auch zu verändern und neue Werte zu setzen. Hier gibt es zum Beispiel die Methode getMinutes, also bekomme Minuten, wenn ich die aufrufe, bekomme ich 0, weil wir hier 0 Minuten haben, das ist jetzt nicht so spannend gewesen, mache ich mal getHours, dann bekommen wir 12, weil wir bei 12 Uhr sind. Und so kann ich hier die verschiedenen Eigenschaften, die verschiedenen Werte dieses Datums auslesen und hier ist auch die Methode getTime. Wenn ich die aufrufe, bekomme ich diese sehr hohe Zahl. Was hat es mit dieser Zahl auf sich? Das hier ist die Anzahl der Millisekunden, die seit dem 01.01.1970 bis zu diesem Zeitpunkt 02.04.12 Uhr vergangen sind. Was ist das? Warum sollte ich so eine Zahl brauchen? Warum gibt es dafür extra eine Methode, um diese Zahl an Millisekunden, die seit dem 01.01.1970 vergangen sind, auszulesen? Die Sache ist, diese Zahl verrät uns viel darüber, wie der Computer intern arbeitet. Computer arbeiten nämlich nicht mit Tage, Monaten und Jahren oder Stunden und Minuten und Sekunden. Computer zählen die Zeit und der 01.01.1970 um 01.00 Uhr ist der Zeitpunkt, wo in JavaScript der Computer beginnt zu zählen, das ist die 0. Millisekunde. Die erste Millisekunde danach ist dann eins, die zweite zwei, die dritte drei und so weiter, die erste Sekunde hat dann den Wert 1.000, weil das 1.000 Millisekunden sind, demnach hat die zweite Sekunde 2.000 Millisekunden, die dritte 3.000 und so weiter, bei einer Minute sind wir schon bei 60.000 Millisekunden, eine Minute eins, 61.000, eine Minute zwei, 62.000, eine Minute drei, 63.000 und so weiter, bei zwei Minuten sind wir schon bei 120.000 Millisekunden, drei Minuten 180.000 und so geht das weiter und so hat sich über diese ganzen Jahrzehnte und Jahre diese Zahl hochentwickelt, bis sie halt diese hohe Zahl jetzt geworden ist. Wie funktioniert das Ganze? In jedem Computer steckt ein Quarzkristall und wenn man Quarzkristalle unter Strom setzt, beginnen sie zu vibrieren, und zwar extrem gleichmäßig. Und das hat man sich zunutze gemacht und an diesem Quarzkristall quasi so einen Sensor angeschlossen, der diese Vibrationen, diese Schwingungen zählt. Und diese Zahl ist die Grundlage, um daraus die Uhrzeit zu errechnen. So funktioniert das, so ein Quarzkristall ist in jeder Digitaluhr und in jedem Computer, so kann auch GPS funktionieren, dazu braucht man ja auch so eine präzise Zeit, auch dafür wird so ein Quarzkristall benutzt, das läuft also im Inneren des Computers ab. Dieses Datum des 01.01.1970 als Ausgangswert, um von da an die Zeit zu zählen, ist übrigens nicht nur in Javascript so gegeben. Dieses Datum ist weit verbreitet über alle Programmiersprachen und Betriebssysteme hinweg, deswegen hat das inzwischen sogar einen Namen und es heißt The Epoch, zu deutsch die Epoche. Wenn ihr euch fragt, wieso ausgerechnet der 01.01.1970 genommen wurde als Ausgangswert, das geht zurück auf eines der ersten Betriebssysteme, ein Betriebssystem, das damals entwickelt wurde, namens Unix, das ist heutzutage im Kern sogar noch im Apple-Betriebssystem macOS X vorhanden und die Entwickler wollten damals nur irgendein Datum festlegen, ich glaube, das war 1972, und da haben sie sich für den 01.01.1970 entschieden, weil das zeitlich relativ naheliegend war und der Anfang dieses Jahrzehnts war. Aber ansonsten war das eine ziemlich zufällige Entscheidung, denn die Entwickler hätten damals nie, nie, nie gedacht, dass das Datum, das sie da auswählen, auch noch über 40 Jahre später das Datum sein würde, auf das sich alle Computer- und Digitaluhren und Programmiersprachen dieser Welt beziehen würden. Die Entwickler von damals hätten eh auch nicht gedacht, dass die Software und Hardware, die sie da entwickeln, teilweise so lange in Betrieb sein würde. Und das führt uns zum nächsten Punkt, dem 2038-Problem. Im Video zum Thema Zahlen habe ich gesagt, dass Computer nicht endlos zählen können, und es gibt deswegen höchste und kleinste Zahlen, die ein Computer darstellen kann. Und das gilt natürlich auch für die Zahl, die die Zeit im Computer darstellt. Der Computer kann also nicht endlos die Zeit zählen, irgendwann hört die Zeit quasi im Computer auf. Alte Computer zählen nicht in Millisekunden, sondern in Sekunden, aber sie speichern diesen Wert so, dass die höchste Zahl, die erreicht werden kann, 2.147.438.647 ist. Und diese Zahl wird am 19. Januar 2038 erreicht sein, um 3 Uhr 14 und 7 Sekunden. 2.147.483.647 Sekunden werden seit dem 1. Januar 1970 bis dahin vergangen Zahlen sein. Und was dann passieren könnte, ist folgendes. Der Computer arbeitet ja intern immer mit Nullen und Einsen und diese Zahl, diese zwei Milliarden und so weiter, sieht im Computer so aus. Eine Null und danach 31 Einsen. Wenn ihr euch mit dem Binärzahlensystem — das ist nämlich hier dieses Binärzahlensystem, so heißt das — auskennt, könnte es sein, dass ihr sagt, hey, aber da vorne ist doch noch eine Stelle frei, die steht noch auf Null. Das heißt, da könnte der Computer doch einfach weiterzählen. Und es könnte sein, dass der Computer das tatsächlich tut und auf die nächste Stelle geht und von da an weiterzählt. Allerdings ist das ein Fehler, denn die erste Stelle ist dazu da, zu speichern, ob das eine positive oder eine negative Zahl ist. Und wenn der Computer weiterzählt und diese erste Stelle zu einer 1 macht, macht er diese Zahl zu einer negativen Zahl, also zu einer Minuszahl, und versetzt dadurch die Zeit vor den 01.01.1970. Wir landen dadurch beim 13. Dezember 1901 um 20.45 und 52 Sekunden. Es könnte also sein, dass Computer, die einfach weiterzählen, dann plötzlich ganz woanders in der Vergangenheit landen und dann von dort aus die Uhrzeit weiterzählen. Und das könnte natürlich Programme und ganze Systeme zum Absturz bringen und so weiter. Und das ist natürlich ein riesiges Problem. Aber es sind ja noch 24 Jahre bis dahin, also es könnte gut sein, dass wir bis dahin keine Geräte mehr haben, die so alt sind, dass sie dieses System hier noch benutzen. Denn inzwischen kennt man natürlich dieses Problem und speichert die Zahl, mit der die Zeit dargestellt wird, anders. Wenn wir uns diese binäre Zahl mal ansehen, sehen wir, dass sie 32 Stellen hat. In JavaScript werden Zahlen mit 64 Stellen gespeichert. Und dadurch ist die höchste zu erreichende Zahl weitaus höher. Statt 2.147.438.647 ist in JavaScript die höchste Zahl, das hier. Und dadurch haben wir natürlich viel mehr Platz, viel mehr Raum, um die Zeit zu zählen. Für JavaScript ist deswegen ein Zeitraum festgelegt von 100 Millionen Tagen vor dem 1. Januar 1970 bis 100 Millionen Tagen nach dem 1. Januar 1970. Und das gibt uns eine Zeitspanne vom 20. April 271.821 vor Christi bis zum 13. September 275.760. Zum Vergleich, hier ist das Jahr 0 und hier ist das Jahr 2014. Das heißt, das sollte eine ausreichende Zeitspanne sein, um damit zu arbeiten. Für Atommüll wird es immer noch nicht ausreichen, der strahlt auch noch über diesen Zeitraum hinaus, aber alles andere sollte hier reinpassen. Das jedenfalls steht hinter dieser Zahl, die getTime zurückliefert. Das war ein kleiner Exkurs, damit ihr Bescheid wisst über die Hintergründe von Zeit im Computer und so weiter, wie das Ganze funktioniert. Für das nächste Video gebe ich euch die Aufgabe, dass ihr eine Funktion schreibt, die aus dem Wert, die die getMonth-Methode zurückgibt, den Namen des Monats zurückgibt. Also man übergibt der Funktion dann ein DateObject oder die Zahl, die getMonth zurückgibt, das könnt ihr entscheiden. Und die Funktion gibt dann halt, in diesem Fall bei 3 gibt sie dann April zurück, als String. Macht das mal, probiert das aus, setzt euch mit dem DateObject auseinander, geht vielleicht auch mal all die anderen Methoden durch. Im nächsten Video probieren wir das selbst dann aus, da zeige ich euch dann auch ein neues Konstrukt, nämlich das Switch-Konstrukt. Was das ist und was man damit macht, das zeige ich euch dann, wie gesagt, im nächsten Video. Um das zu sehen, klickt jetzt hier in das große Feld in die Mitte oder falls ihr dieses Video in einer Playlist seht, zum Beispiel bei css3hatmr5.de, bleibt einfach dran!